Hallo, bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 geht es auch um die Belange junger Menschen. Ich denke, dafür lohnt es sich, zur Wahl zu gehen. Wir vom Kreis Jugendlichen Tirschenreuth machen eine Videoaktion mit den Landratskandidaten. Diese finden Sie auf unseren Internetseiten. Weiterhin machen wir eine Podemdiskussion am 18. Februar in Chemnacht. Bitte gehen Sie am 15. März 2020 zur Wahl.